So, weiter geht es mit dem Let's Play zu Assassin's Creed 1. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Attentat an. Ich brauche drei und ich finde eigentlich ziemlich wenig. Jetzt endet dein Leben. Joa, was habe ich gemacht? Oh, scheiße, das Ding. Oh, scheiße. Ah. Komm, lass mich mal hier durch. Jo. Wo muss denn mein Attentatatungsfunk? Das muss erstmal nicht verfolgt werden, wahrscheinlich. Nein, es ist so gut, wenn ich noch die Möglichkeit habe. Gut. So. So. Gibt es hier eine... Scheiße. Ah. Jetzt finden sie mich wieder. Nur weil du so lange sie brauchst hast. Scheiße, was das hier nimmst. Ich brauche eine Bank oder einen Heuball oder so. Ach man. Verfolgt mich doch nicht. Ich habe auch keine Lust jetzt zu kämpfen. Ah. War mir klar, dass du mir schubst. Scheiße. Da meine Musik. Oh. Ich McComper... Nein, ihr findet mich nicht. Also jetzt nochmal hier durch. Wo ist mein Ziel? Ihr beiden, ich soll euch belauschen. So, wo ist ne Bank? Äh, Taschendiebstahl. Trotzdem muss ich die belauschen erst, denke ich. Gut, den muss ich erstmal... Folgen. Bestehl. Ich mache doch gar nichts. So, keiner als gesehen. So, ich brauche einen neuen Aussichtsturm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So. Gut. Dann werde ich erstmal dahin... Äh, da war mir klar. So, erstmal dahin rennen müssen. Wovor fliegt dieser Neue? Wovor rennt er der Weg? So. Meine Familie ist großartig in Sterben. Ja, was macht ihr denn? Hier im... Viertel der Bekloppten. Oh, Mann. Ja. Wo muss ich denn lang? Hier hoch wär ganz gut. Ja, komm, lass uns kämpfen. Kann ich nicht mit der versteckten Mitte, konnte man doch mal kämpfen. Warum kann man damit jetzt nicht mehr kämpfen? So, scheiß Patch wieder oder was? So. Wo muss ich denn hin? Da drüber vielleicht irgendwo. Ja komm, spring mal hier rein kurz. Genau. Ja. Alles wieder gut. Ja. Schon. Gut. So. Nein! Ja. Das ist ein sehr tolles Feature von Assassin's Creed 1. Ähm, dass Alter eh nicht schwimmen kann. Das ist, äh, fantastisch. Okay. Also, das ist eindeutig eines der besten Features von Assassin's Creed 2, dass man da schwimmen kann. Nein, ein Assassine, der nicht schwimmen kann. Was ist das denn? Da hat man sich bei Ubisoft gesagt, na ja, der kann jetzt nicht schwimmen, aber so eine, so eine Animation fürs Schwimmen, nö, da haben wir jetzt auch keine Lust mehr drauf, sie zu erstellen. Ja. Da kann der halt mal nicht schwimmen. So dumm ist das. So, ich muss hier irgendwo hoch. Ja, ja. Gehen wir mal hier hoch. Hier kommt der bestimmt wieder nicht hoch, bis ganz nach oben, oder? Natürlich nicht. Ach. Wo ist dieser scheiß Aussichtspunkt, den ich will? Das ist doch doof. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Ist schon mal gut. Trotzdem weiß ich nicht, wo ich hoch will. Ist das überhaupt hier? Wahrscheinlich ist das gar nicht hier. Jetzt renne ich wieder weg von dem Punkt. Also, ich laufe jetzt hier einmal drumherum. Hier ist Wasser. Ja, toll. Dann kann man hier auch nicht drumherum laufen. Mann! Mann! Nur weil er nicht schwimmen kann. Mann! 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 So hvad? Nicht mal eine richtige Animation alleine communauté. doch es gibt einen sound dafür aber keine animation dass sich irgendwie so das wasser und ding bewegt oder sowas naja gut okay ist mir nur so aufgefallen so also einmal durch dann ja eine kleine spende keine kleine spende doch eine große spende so also hier hoch komm kannst du nicht da hoch was kannst du überhaupt so und wenn ihr jetzt hier rüber springst und nicht festhält ich sag schon gar nichts mehr also einmal hier hoch zack so bitte lass ein attentat finden so wow was für ein ausblick und bitte ja das ist schon mal gut gut da gehe ich nämlich das nächste mal hin ich mache jetzt eine kurze pause und beim nächsten mal geht es weiter vielen dank fürs zusehen